ja ich wollte mich verstecken aber leider hat sich geklappt samspicy meldet sich zurück ja es hat etwas länger gedauert ich habe auch einige projekte die ich noch hochladen muss bla 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 aber wir sind natürlich dabei im großen ganzen auch etwas mehr fürs publikum zu machen wir haben jetzt viertel nach ne halb sechs morgens es ist sonntags aber ich habe hunger bekommen und ich habe ja schon lange nichts mehr essensmäßig gemacht deswegen übertreibe ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen auf jeden fall für meine verhältnisse und zwar habe ich hier 16 schicken wings habe ich jetzt geholt und allerdings möchte ich diese 16 schicken wings jeweils mit einem tropfen von der 666.000 skubil soße ja gut ich kann sie euch auch so zeigen da muss man muss man halt mein gott aufstehen das ist dunkle soße aus österreich bla 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 hier heat extreme level äußerst hoch ich scheiß einfach mal drauf ich bin es schon die ganze zeit am schütteln weil hier oben sich irgendwelche scheiße abgesetzt hat da ich ja in letzter zeit nicht mehr großartig gegessen habe ja und im hintergrund haben wir ein bisschen was oldschool techno laufen nichtsdestotrotz essen wir wenn diese sachen und sie sind gerade rausgeholt worden deswegen quatsche ich ein bisschen länger denn er sie sind sehr heiß aber ich möchte sie gerne lauwarm haben dann ist es eigentlich besser zu snacken besonders wenn scharf ist natürlich kann man das auf essen wenn es heiß ist aber dann dauert es halt länger auf jeden fall wie gesagt haben wir diese kleine soße ja ja ich mache sowieso mal 15 minuten video denke ich mal jetzt das hier braucht ja auch zehn minuten also in zehn minuten sollte man es essen ansonsten kackt man ab ja die soße ist natürlich pervers ist klar aber wie gesagt auf jeden das sind 16 stück auf jedem kommt halt ein tropfen drauf sollte auf dauer reichen denke ich mal 666.000 aber wenn die so so gut ist dann wäre es ja auch eigentlich kein themen die soße ist nicht schlecht aber auch nicht die beste sag ich jetzt mal naja da haben wir halt auch eben einen tropfen 16 tropfen ja keine ahnung wie viel das ist aber ist auch eigentlich egal jetzt warten wir noch mal ein sekündchen und dann werden wir loslegen vielleicht können wir die auch so in die hand nehmen aber bei den komischen ja vielleicht doch besser hier oder besser hier soll ein bisschen dann rüberschauen aber naja was soll's man könnte ja auch die kleine uhr holen man könnte ja mal die kleine uhr holen leider ist sie verschwunden leider ist die uhr verschwunden wir haben sie doch gefunden so dann würde ich sagen ohne große umschweife aber es wird hart es wird natürlich hart denke ich mal im hohen neues jahr 15 minuten habe ich ja zeit also im ersten moment ist wirklich heftiger als gedacht hätte er hier 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 boah so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. To speak is a little bit hard now, but I'll try it. 16 chicken wings with 666,000 screw wheel units. It'll drop on every chicken wing in 8 minutes, under 8 minutes. So, thank you for watching. I must keep it down under 15 minutes, so thank you for watching. Same spicy. Wish you a great day, but it's hot, it's hot, it's hot. But I have to enjoy the pain. But I have to enjoy the pain. A little bit old music in the background. But thank you for watching and have a nice day. So, this was a... So, this was a... It tastes bad, but the sauce is okay. So, enjoy it. Enjoy the sauce from Austria. It's nice. Yes. Wow. Wow. I take... I take a little bit. So, I enjoy my morning next day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day.